Wo hier die Dinger sind? Das Telefon bringt uns, glaube ich, nichts. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich brauche hier eine Landkarte. Können wir noch mal den Trinkbund benutzen? Tatsache. Vielleicht hat es ja irgendeine Auswirkung. Nein, hat es nicht. Hat es einfach nicht. Oh. Alter. Was ist denn das für ein Freak? Die Geigenmusik, die war vorhin auch schon da, aber eigentlich suchen wir ja hier Karten. Ich suche eigentlich Karten. Gucken wir mal auf die Kanalisation. Nein. Die haben wir selbst zugemacht. Däh. Wir haben so viele Gegenstände und ich verstehe den Sinn einfach nicht. Oh. Warte mal, können wir? Nutze das da auf das... Und die Kettensäge, nutze das da auf Kettensäge? Ach, die Mordwaffe stimmt, ja. Ja. Wo sind die Landkarten? Der Sheriff hat die doch geklaut. Die können hier gar nichts drücken. Das ist blöd. Hier ist sonst nichts. Hm. Hier ist das mit dem Violinen-Nimm-Schild. Das Öl füllt es, oder das Beziehen, besser gesagt, für die Kettensäge hat Dolores. Dolores ist nicht hier. Genauer gesagt, ist hier irgendwie niemand. Kann ich da hinten hin? Okay, kann ich nicht. Hm. A-Street. Oh, das war auch schon mal. Im Let's Play. Ich habe vergessen, ihm die Flasche zu geben. Dann habe ich doch noch nicht alles nachgespielt. Sorry. Alles klar, dann nichts wie... Weiter hat... Kann die hier eigentlich was anderes machen? Reden wir noch mal mit ihm? Excuse me. Be with you in a second. I'm in the middle of sorting. How can I help? I'm a federal agent. Now anything about the body out by the bridge? You're a federal agent? I work for Uncle Sam too. As one government agent to another, I'll do what I can to assist. Er sagt genau das gleiche. Erzählt auch den gleichen Witz. Oh, you bet I do. Why are postal workers such great comedians? Yeah. They have a special delivery. Huh? Danke. Muss so langweilig sein, da die ganze Zeit zu arbeiten. Halt die Klappe. Warte mal. Ich gebe dir die Flasche. Na gut. Äh, benutze Flasche. Warum nicht? Seid ihr mal ruhig. Mal gucken. Na? So. Okay. Ja, irgendwie können wir hier nicht mit der Leiter rollen. Madame Marina. Nette Begrüßung. Wir suchen noch nach den Pilzen. Was ist das hier für ein Ort und was ist ihre Geschichte? Äh. Äh. Still looking for mushrooms. I'm not afraid to get my hands dirty. I need to go on a vision quest to find the answer. But I can't really reach out into the void without a little bit of assistance. If you can get me an agaricus fungus visionum delectamentum mushroom from the sewers, I might be able to help. I'm pretty sure that's a controlled substance. And your point is... Okay. Ihre Geschichte. Ich denke mal, wir kommen erst in die Kanalisation, wenn wir die Kettensäge benutzen können. Dafür brauchen wir das Benzin von den Loras. Dafür müssen wir wahrscheinlich in den Bezirk. Und dafür brauchen wir eine Landkarte. Alles ist also bei dieser Landkarte stehen geblieben. Ich kürze das mal ab. Weil das kennen wir. Wie haben sie sich diesen Voodoo-Schwachsinn angelacht? Das hatten wir noch nicht. Wie haben sie sich diesen Voodoo-Schwachsinn angelacht? Hm. So, wir kennen das alles schon. Da kann ich nicht lang. Warum nicht? Ja. Verfluchte Leiter. Die ganzen Fifty Shades of Voodoo. Was weiß ich. Okay. Dann gehen wir mal wieder. Können wir nicht in den Land? Aha. Warte, sagt sie noch was? Okay. Wir sollen erst die Angel auswerfen und die... Ups. Und die Affenpfote. Weiß schon was. Uisch. Warte mal. Hat die nicht vielleicht irgendwelche Landkarten? Ich meine, bei der Zeit... Oh. Oh, da. 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 Wir haben eine Landkarte. Foto. Foto. Nutze Foto auf Karte. Nimm Karte. Näh. Nimm Karte. Aber ich brauch das. Ich brauch das. Ich brauch das. Warum darf ich mir nicht die Karte nehmen? Ja. Ja. Wo waren jetzt die Fragen? Kann ich dann als privater Bürger bitte Ihre Karte haben? Oh, das hängt doch da nur... Nochmal. Hm. Irgendwas hat es bei diesen Verfassungszusätzen auf sich und ich komme einfach nicht dahinter. Hm. Hm. Müssen wir einen schreiben? Wart. Hatten wir alles schon? Ja, ja. Du Angeber. Du Angeber. Hm. Ich brauch so ein Gesetzbuch. Ich brauch... Oh. Ich brauch einfach ein Gesetzbuch, weil sonst... Kann ich... Nicht mit dir mithalten. Ah, warte, warte. Falsche Richtung. Und da kriegen wir bei der Voodoo-Frau ein Gesetzbuch her? Fragen wir mal nach. Hm. Nein, ich wollte auch mit dir reden. Ähm, nix. Ich wollte doch nur eine Karte haben. Wenn wir basteln können wir auch nicht... Thunfisch. Angel. Thunfisch. Ähm. Lose Change? Natürlich hab ich was. Er will das nicht? Ich dachte, er ist Ransom-Fan. Doch, die... Ah, warte mal. Können wir ihm die Whisky-Flasche geben? Thimbleweed Park-Guided-Tours? Hey, that's my favorite brand. Heh. Too bad, it's empty. Have you seen my dime? Ja, too bad. Kacke. Wie geht's denn jetzt weiter? Wo? Na? Hauptstraße. Hm. Wir müssen uns, glaube ich, nochmal das Inventar angucken. Oder wir waren mit ihr auch noch nicht in dem Laden. Hm? Gut. Wirklich? Nein, nein. Geht's jetzt auch kotzen? Ja. Boah. Haha. Ich fühle mich jetzt besser. Hm. Alles klar, ich verstehe nicht. Warum können wir bei der Registrierkasse irgendwas machen? Reden wir nochmal mit der Sandy. Was kann ich für dich tun, honey? Was ist mit dem Sheriff? Er ist ein bisschen weirr, Rino. Ja, er ist ein bisschen ein Müll-Job, aber nichts, als ob die Korinther. Was sind die gleichen? Das ganze Stadt hat in den letzten paar Jahren geklaut worden. Kucku-Ville. Hm, ja. Gerne was zu essen bestellen. Ich würde gerne etwas Essen bestellen. Klar, alles ist auf dem Menü-Bord. Was willst du? Manchmal stimmt der Ton nicht so ganz. So, beim Kuchen geben sie Mitarbeitern von der Ermittlungsbehörden einen Rabatt. Uh, gute Frage. Letztes Mal hat der Dave, der Kuchen, gegessen. Und bei Discount, ich meine... Ha, 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 ha. Ich denke, ich verstehe, honey. Und ja, wir tun. Cool. Ha, ha. Nein, ich würde was essen. Schön. Ich würde gerne etwas zu essen bestellen. Ich würde gerne etwas Essen bestellen. Natürlich. Alles ist auf dem Menü-Bord. Was willst du? Puck mal mal. Ich habe die Pie. Sorry. Dave hat das letzte Stück. Siehst du, Dave? Ich habe gesagt, dass ein Kunden es will. Es sind die Außen-Ville-Folk-Ville-Folk-Ville-Folk-Ville. Aber nein, du sagst. Wir haben die letzte der Außen-Ville-Folk-Ville. Lass mich die Pie. Es war zu schlecht. Schau, Dave. Das kennen wir schon. Ja, da ist noch die Tür. Das Radio. Können wir das ausmachen, bitte? Danke. Oh. Das war gerade heftig. Gehen wir noch mal zu der Gasse. Hm. Und die Tür. Ja, kann ich mir vorstellen. Wir haben auch nichts Spitzes dabei, womit wir das vielleicht öffnen könnten. Oh. Mist, ich muss niesen. Okay, da bin ich wieder. Ja. Schade. Was machen wir jetzt? Gehen wir noch mal zum Friedhof. Ah, ne. Wir wollten ja zu unserem... Ne, wir spielen. Ja. Betrachten wir mal. Sollten wir vielleicht mal der Frau geben? Hä? Cool. Ach, das Klopapier. Wofür brauchen wir Bärenschutz? Warte mal. Nutze... Ah, ne. Dann nutzt er das selbst. Das wollen wir nicht. Er soll noch mal da hingehen. Wenn wir hier zum Ausmutzier gehen, kommen wir an der gleichen Stelle raus. Da war der Laden. Die haben zu. Hier ist die Bushaltestelle und da, den Fahrkartenschalter. Da können wir irgendwie noch was machen. Weiß halt niemand, aber da geht noch was. Okay, das hatten wir doch schon. Habe ich vergessen? Sorry. Hab ich nicht mehr ganz im Kopf. Das Phone. Mist. Geh mal zu deiner Kollegin, du. Beziehungsweise... Ihr wisst ja weiter eigentlich nicht, dass ihr nicht hier sein sollt. Und können wir hier irgendwie was austauschen? Warte mal. Hat er etwas, womit man die Gruft... Was machst denn du, du? Gib das da. Ich möchte das mal ausruhieren. Nutze. Die Arme. Das ist irgendwie so traurig. Komm, das probieren wir auch noch. So, nutze. Einfach eine Tasse hier. Das war jetzt irgendwie nicht sehr deutsch. Er hat gelacht. Ich hab's gesehen. Er hat uns ausgelacht. Aber er war auch nicht besser. Mit seinem Französisch. Highway? Hm. Friedhof. Nein? Ian. Schneller! Los!